Musik Lustig wär's! Ah, da muss ich erstmal die Dinger entfernen. Erstmal den Knobi entfernen. Huch. Hier rüber. Dann... Das hier kann ich mal mitnehmen. Wunderbar. So. Ich könnte es jetzt eigentlich auch so ein bisschen lockerer lassen. Ich weiß, ich gucke jetzt eigentlich die ganze Zeit auf den Felsen, aber das ist egal. Es ist egal, du stehst da schon wieder ein bisschen scheiße. Hier muss ich noch Spalieren für herstellen. Das geht dann hier rum. Hier rum und dann hier einfach so ins Eck. Vielleicht mach ich den Baum nochmal woanders hin. Dann geht's da ums Eck. Sieht besser aus. Nur was brauche ich nochmal für ein Spalier. Äh... Slalom. Für ein Spalier. Weißer und rosa Bartfaden. Also muss ich einmal kurz auf die Wiese. Alles ein Bartfaden. Mitnehmen, was ich finde. Ach, hier müssen auch Kürbisse pflanzen. Nein, theoretisch. Jo. Jetzt einmal kurz Kürbisse kaufen. Also Kürbissamen. Hallo, Kumpel. Hi. Aber wir brauchen Money. Oh, ich hab kein Geld... Äh, ich hab keinen Unterplatz mehr. Hä? Hab ich doch noch. Achso, weil ich von dem... Okay. Ähm... Hallo, Kumpel. Ja. Hi. Das bräuchte ich nicht. Ähm... So. So. Wie ist denn uns? Wie ist denn uns? So, ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Der Objekt im Fernsehen schaut sich an wie eine Kerze, die den Haar aber hochwirkt. Stimmt, ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Wobei Katzen machen das noch ein bisschen dramatischer. Was gab es zu essen, Luna? Ich bin hier mit Finatfüllung und es sieht saures aus. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Äh. Ja. Felder machen. Ganz toll. Ich frage mich zwar, wie man auf Steinboden ein Loch macht, aber was mir geht, hätte fast ein Band kassiert. Okay. Weswegen? Also ich kann es ja wahrscheinlich denken, aber deswegen. Momentan diese Warnung vor Verdächtigen liegt. Ja. Ja. Hab ich gelesen. Und er hat so einen Link bekommen. Wie es gab, mich einfach dabei die ganze Zeit angegafft. Denkt er halt auch nur so, Alter, was macht die Älte da die ganze Zeit? Und er hat einen dieser Links in den FG-Shirt gesendet mit der Aussage nicht drauf klicken, das ist einer dieser für den Links nicht gemeint. Aber ich habe ihm dann auch im Discord gesagt, dass er sowas nicht posten wollte. Wo sein kann, dass keiner aus der Krille ihn reportet. Ja gut. Ja. 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 Nett gemeint, aber etwas, ich sage jetzt mal doof gehandeltes. Aber da hat er echt Glück gehabt. Kürbisse, 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 kürbisse. Wenn er trifft, kannst du den Link nicht mit draufklicken und öffnen. In Discord schon. Ja, stimmt, ja. Wff musst du es dir jetzt rauskopieren. Wieso ich immer genau weiß, dass ich mich umdrehe? Ich will sie einfach nur beobachten. Sie ist so nice genau, dass ich sie angucke. Man kann sie doch nicht mal heimlich ansehen. Wie weiß es? Wie weiß es einfach? Okay, was anderes habe ich tatsächlich gerade nicht. Das ist jetzt ein kleines Minikürbisfeld. Mini-minikürbisfeld. Die letzte Bahn. Hm? Okay. 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 So, jetzt das Ganze noch gießen. Ich habe ja leider den Regen knapp verpasst. Ich habe deine Frenze übersehen. So, Kürbisse sind in der Mache. Ihr Vögelchen wurden fünf Sterne gerichtet. Ja, Luna. Fünf Sterne Gerichte. Fünf Sterne Gerichte. Gar nicht. Gar nicht, Luna. Einfach niemals. Niemals kommt Outlast. Okay, wie komme ich jetzt an den... Auch Outlast 2 kommt niemals. Ähm... Okay. Warte mal. Visage kommt auch niemals. Ich kann mich nicht erleben, wieder das Spiel zu filmen. Da gibt es noch ein Spiel von. Ich weiß, dass es das ganz, ganz alte gibt. Dieses, ähm... Für Game Boy. Gut, gibt es mittlerweile auch auf PC. Dieses Jump and Run-Spiel. Das weiß ich, dass es das gibt. Aber... Äh... Sonst... Sonst wüsste ich es tatsächlich nicht. Event. Oh, Glänze. Gibt es eins für den Säger im Weg als Ralf. Das wird das wahrscheinlich sein, oder? So ein Run-Ding da. Gehe ich jetzt zumindest mal voraus. Ja, dann... Aber sonst wüsste ich jetzt gar nicht, ob es da noch ein anderes gibt. Gut, bei Kingdom Hearts kommt die König der Löwen-Welt, aber sonst. Ich meine, König der Löwen würde ich spielen. Mhm. Oh. Ja, zu viel in meinem Inventar. Ja, aber zu viel in meinem Inventar. Äh... Ja, wir gehen gleich, Süße. Alles gut. Was ist denn hier noch eine Stunde? Das weißt du hoffentlich. Wir machen ja auch bald Feierabend. Ich will ja nur was von meinem Freien-Abend haben. Da habe ich nicht Kisten gekauft. Ja, das ist mies. Das ist also immer das Gleiche drin. Warum kann man sie sich dann noch verkaufen? Verstehe nicht ganz. Wieso kann man sich eine Kiste kaufen, wenn ein Tollzum der gleiche Inhalt ist? Na gut, ja. Kann man sich in jedes Gebiet einstellen? Kann man von überall drauf zugreifen? Ja gut, ist vielleicht gar nicht so doof. Vielleicht gar nicht so doof. Oh Mann. Luna macht Party. Äh. Ne, Sammlung. Charaktere. Oh, sie wollte noch einen Stein haben. Aua. Ah, das war mein Zeh. Ah. Ich habe gesagt, Nico, äh, ich lauschte Dicke. Nico, vor allem Nico, Elfie. Ja. So, dann packe ich hier jetzt halt einfach so eine Kiste hin. Kann ich von überall drauf zugreifen? Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Kann ich von überall drauf zugreifen. Ariel? Muss mir aber auch gleich was machen. Wauzi, brauche ich auch gleich noch was? Hat ja gestern nicht so viel... Du bist da hinten im Stein. Okay. Sehr schön, ich habe es auf Stufe 80 gekriegt. Hey, die Steinjungfrau. Oh, wirklich. So, was ist da, was ich bekommen habe? Ein Korallensofa. Okay. 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 Gut. Dann. Will ich jetzt noch einmal kurz ein Zimmer im Haus gestalten. Weil hier sind wir jetzt ja schon ganz gut weitergekommen. Noch nicht fertig. Aber schon mal ein gutes Stückchen weiter. Es wird... Und dann gestalten wir jetzt einfach noch fix das Haus. Das hier ist das. So. Die Küche. Ja, eine von vielen. So, das hier kann erst mal nach da. Küche. Tapete. Ich hätte gerne helle Küche. Boden. Wo bleibe ich da bei? Hm. Ich könnte aber auch... So. Dafür mit dunklem Boden. So wie wir es anfangs hatten. Muss ich ja nur ein bisschen was an die Wände klatschen. Äh, Geräte. Und sonstiges. Wand. Das kommt zum Schluss. Dann... Bitte, nee. Tonic? Nee. Auszeit? Nee. Lager? Nee. Gut, so. Nee. Okay. Gehen wir mal hier runter. Äh, warte mal. Das hier... Könnte man ja eigentlich gebrauchen. Den Wagen lasse ich nochmal drin. Küchenzeile. Küchenzeile. Ich hätte eine in schwarz. Ich hätte eine in weiß. Ich glaube, ich möchte sie in weiß haben. Oder sieht es denn schwarz besser aus? Ich habe auch noch einen... Aber das passt... Nee, das passt gar nicht. Nee, nee. Die Erfrischungstruhe könnten wir auch hier gebrauchen. Aber das hier verschwimmt zu sehr mit dem Boden. Ich glaube, das passt so besser. Äh. Das brauche ich. Ich... Das wäre nicht schlecht. Das hier. Okay. Hatte ich nicht noch. Hier. Das passt halt mit dem gleichen Muster. Aber es passt halt nicht zu dem anderen. Ähm... Hier sind aber Tische. Okay. Passt nicht ganz, aber... Passt nicht ganz, aber... Ähm... So. Jetzt ist die Frage. Wir haben einmal das hier. Wir können halt einmal... Wir können halt einmal... Das darüber packen. So. So. Ich habe nur leider noch keinen richtigen Sitzmöbel dafür. Ich habe mal ein bisschen nur sowas. Der Tee-Wagen. Äh... Beleuchtung. Dann lieber... Dann lieber... Ganz einfach... Dann lieber das hier. Äh... Die Inselzeichnung... Passt jetzt eher weniger. Gut. Das hier jetzt war auch nicht so, aber... War doch besser als alles andere. So. 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 Nein, ich habe den Topf vergessen. So. Ich habe den Topf vergessen. Jetzt aber. wunderbar nicht darum quasi was werde ich jetzt jedes mal so ein raum sei ich hab mal nichts dafür dann als nächstes würde ich dann nämlich ein wohnzimmer machen jetzt bewundern wir das ganze noch einmal kurz von oben wir kommen voran bis hierhin haben wir es jetzt ungefähr ein bisschen das weiß ich immer noch nicht weil sie mit der stelle ich mache weiß ich auch noch nicht vielleicht als später wohnort hat es noch leute also es kommen ja noch heute dazu dass ich als wohnort mache hier hinten würde ich auf jeden fall wieder ein beet machen könnte ich eigentlich schon mal die einzäunung machen so hier muss ich dann auch noch dekorieren weiß ich auch noch nicht wie ich das genau mache ganz zufrieden bin ich nicht mit der ecke hier was geht immer noch hier kann ich dann noch mal gucken was ich da hin mache hier bin ich sehr zufrieden hier bin ich auch jetzt gehen wir noch mal hinten lang dann mache ich hier tatsächlich so wohngebiete muss ja nur gucken wie wie ich das dekoriere wann wie wo ich auch mal mit das hier der steini bei aber nicht das richtige steini braucht da was anderes von ja dann kommt hier hinten Felder. Was wird denn hier alles fällt? Ich kann hier schon mal ein bisschen anfangen. Hui. Damit ich diese Familie jetzt mal noch weiß. Vielleicht mache ich hier auch ein Tor hin. Durchgang. Dann mache ich hier ein durchgehendes Feld. Vielleicht mit einer Reihe frei. Und hier dann ein durchgehendes Feld. Dann immer nur ich hier hinten auflassen. Der Rest wird dann so wieder hinten. Dann haben wir hier. Okay, die hat keine Gesichter, das ist gut. Dann haben wir hier unseren Trampelfad. Da kommen noch die Spaliere hin. Meine ganzen Bären. So. Sehr schön. Dann hätten wir das. So, die Arme. Weichern bitte. Arme verlassen. Wir müssen jetzt nämlich raus. Ja. Wir müssen Gassi gehen. Boah, sie so gucken. Bauti. Dann go. Dann go. Dann go. Bis zum nächsten Mal.